moin moin und da sind wir wieder zurück mal sehen ob wir mehr erfolg diesmal haben so zuerst ganz ran ok ich bin oben ok dieser sprungangriff ist ja mal mies die kugel stehen bleibt ich gebe mein bestes nein okay werde gleich ganz down sein ich nehme auch eine kugel kann ich leider nicht wenn die nana wieder blieben die lohnt sich nicht mich ich bin ganz klar es geht zu schnell die dinger kommen so schnell runter ich bin dafür zu lahm auch der wiederbelebungsgeist lohnt sich da nur bedingt weil wenn dann nämlich gerade die die kugeln runter kommen dann lebt er wieder zur falschen Zeit sterben oder was? ja, ja das kann man dauernd noch mal reparieren ja, kann man auch so kurz reparieren wo war das jetzt die weg mag ich hier die hier da wo holprig ne, hochwohlgeborene könige nicht holprige könige das will ich nicht da hinan da ist aber auch mal fix ja, die kaum stürzt sie die frage top ist die weg mag gepostet alles ein hotkey skripten zugewiesen wahrscheinlich ich hab' bei mir nur ein hotkey und es ist tot leile die taste treffe ich auch immer zielsecher so, hoffentlich liegen jetzt nicht wieder dumme Leich noch rum, in die ich reinlaufe wie die da alle da ja alle Kuhler und so, alles, alles fertig und die Anliegen ich bin in der Wand gelaufen die Liebsten So, jetzt ist er runter. Wegkommen. Nee, er ist auf 75%. Achso, ich dachte, der wäre da schon gewesen. Dann habe ich mich verguckt. Wahrscheinlich unten ein anderer Rollstreckenschwarm. Ja, das kann gut sein. Jetzt. Jetzt bin ich da. Ich muss es wieder spielen. Achtung, Achtung, Achtung. Ich will nicht die Kumpel da. Hilfen wir jemanden? Ich bin nach hinten geschlagen worden. Das ist ganz gut. Moment, Sascha steht wieder. Kurz, ein nach dem anderen. Scheibenhonig beim Rützen. Wegkommen. Ja. Ich hatte Geist. Ich weiß nicht. Er musste die Hammer durchdrücken, ne? Er hat es nicht ganz gut klappt. Scheiße. Wer von euch lebt noch? Was lebt? Ich lebe nicht. Ja, ich jetzt. Ich nicht mehr, glaube ich. Komm, komm, komm. Bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am... Ach, Mann. Nee, das reicht nicht. Komm. Töt mich. Was machen wir heute falsch, ey? Das frage ich mich auch gerade. Wir machen doch das nicht so viel anders als letztes Mal. Wechseln mal das Bild. Oh, was ist denn noch? Gegen die Wand. Ja. Aber eindeutig, Ara wird zu meinem Lieblings-Dungeon. Überhaupt nicht, ey. Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Ach so. Familie. Ohne, schon wieder am Gegner? Nee, hinter uns. Klar. Da wollte, glaube ich, noch etwas im Bild. Ja, ich habe... ...eine Rüstung und anderes Zeugs angezogen. Okay. Okay. Bin da. Okay. Auf ein neues, ne? Jawohl. Habt ihr auch so einen Totentrank bekommen? Oh, 75. 75. Und verbringt hart. Jetzt kommt gleich die Hand. Ja. Ja. So, er macht wieder die Hand Autsch Was war das denn hier? Ah, mein Halter, warum hopst der denn genau auf mich auf? Ja, der steht halt auf mich Ich wollte immer ein bisschen heilen Nimm den Trank, Mensch Ah, Mist Ah, so, rassler Schon wieder rum? Ja, war hinter mir die Felder Oh, da bist du Okay, er hebt's wieder Er macht wieder die Hand Okay, andere Hand Oh, nein, 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 nein Ah, dieses Drecksvieh Wer macht Handfeuer Bla Bla Er macht bla Er macht ganz blödes Bla Der macht einfach, was er will, ne? Er macht Scheiße, macht er Vor allem diese Kugel, aus der man da nicht rauskommt Wo er einen wirklich drin festhält Oh, endlich Hat er auch nur Ein oder zwei Anlaufe gebraucht Ja, jeder Fahrt geht hier lang Es gibt drei Wege Eins, oder vier Mann, Mann, Mann Uh Ja, und den Kram Ops Exploding, boys Trinken wir wieder alles auf Ja Wohl Folge XP Trasche Oh Diese explodierenden Affen Sie ist doch so spät, ey Toten Auge Oh, zwei auch noch Nicht verdrückt Wo kommen die denn jetzt hier im Turm? Hier sind doch immer so kleine Hügel, da sind so Hügel Jetzt sieht man sie besser im Licht Im Schatten sieht man sie nicht ganz so prickelnd Gut Seht mal drauf Ja, Puff, ich hab's gehört Einer hat Puff gemacht Und es hat Puff gemacht Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sieht's aus Könnt sein, ja Okay, Wasser Okay, Min Oh, ein bisschen aufpassen Ja Jetzt sind wir mal gespannt, wie die Au Jetzt noch raus Ah, da unten Da unten durch Ne, da geht's nicht durch Nein Tut mir weh Hier geht's auch nicht Vielleicht oben tatsächlich raus Schauen wir kurz an der Oberfläche Ups Komme ich jetzt noch Noch, nö Ich bin festgebackt Nein Ach, ich konnte nicht Ist da irgendwas? Ich kann noch keinen Ausstieg sehen Ah, da hinten, ja Da nicht Oh, hier, hier Ne, das sah tief aus Ja Ja, wahrscheinlich unten durch, ne Hat das noch keiner von euch gemacht? Wie traurig Ja, vor zwei Jahren oder so Irgendwann mal Oh, da geht's hier nicht durch Da geht's durch Hier Ähm Nord seit, äh Äh, also Nord ist falsch Ost, West Ich kann so Warte Hier unten Ganz unten Hier ist ein Ähm Ganz unten Also wirklich Bodenhöhe Alles klar So Okay Ost, West Ach Karte Dreht sich Das war eine super Wegangabe Ich weiß Ost, West, seitlich Ja, hier noch nicht Ein Stück weiter Ja, hier sieht's doch gut aus Ich folge mal den Haien, die euch verfolgen Ah Und hier muss irgendwo durchgehen Da hinten, ja Ich werde niemals Reiseführer Oh, hier, hier geht dann viele von diesen Dingern Ui Oh Oh, hier ist so ein Detonator-Ding, glaube ich Nein So eine Falle Au Au Und vor allem, wenn die explodieren Geht so viel hoch Ja, aber es ist gar nicht so schlimm Ja Nur darf keiner in der Nähe sein, der eine auslöst Weil dann kriegt man selbst Selbst da nicht steht Oh mein hier Oh Na gut Schmerze tragen Los Laufen Ach, hier gibt's auch noch diese Fallen Diese Netzfallen ich habe das gefühl die kommt wieder hoch ich hatte die hoffnung ich komme vielleicht nicht ins licht etwas zu spät ich habe heute fliehen wir sind durchgekommen das war so nicht ganz geplant da ist das toten auge weg machen wir sind die tollsten es ist doch mehr nach weg marken als andere so wo müssen wir eigentlich hin wir sind auch Minen ja hopp hopp man muss nur weiterlaufen und dachtlos nicht stehen bleiben auf den scheiß Mengen ich glaube hier so rum ja wieder aussagen da lang nö nö die dinge auf auf hopp machen die mit dir nein los so jetzt dass die Okay, noch mehr Gegner. Die sind ja in so einem Kreis, dann ja eh. Ja. Da sind ja gar nicht so ein Kreis, die passen. Kann man hier mal auf die Karte. So, da vorne noch zwei. Aber wir sollen einen Kreis rüber haben. Ach, komm, die holen wir jetzt. Achso, ich wollte Ruhe haben. So, ja, jetzt hier. Rechts irgendwo. Gut aus. Na, da haben wir doch eine schöne Legende, extremer Flächeneffekt, Schaden ruft Klone herbei. Okay. Wo, was, wo, was? Ja. Ja. Habe ich gefunden. Ja, das heißt mal gut, ich freue mich. Und da mal sehen, was der Nahkampf so bringt, ne? Ja. Okay. Okay. Dann mal los. Hat nichts gemacht, anscheinend. Also schon bei dem anderen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auf die Klone überhaupt zu gehen. Ich würde es nicht tun. Ich glaube, ich habe CC. CC-Schaden sieht man nicht. Nee. Geht vielleicht ja auch. Aber ich bin down. Ich auch. Ganz tot. Ach, der hat die Flecke. Der hat sich gemeldet, wenn er dreht, macht er die Flecke. Der Geist hat sich gelohnt. Ach, doch nicht. Äh, vielleicht brauchen wir jetzt hier nichts. Nur eine Kugel. Ich suche am Leben zu bleiben. Ja. Komm schon. Nein, lass mich raus, lass mich raus. Der ist jetzt noch wieder da. Dieser Wirbel, der ist echt böser. Ist ja schon wieder so weit laufen. Ich kämpfe hier noch. Okay, jetzt lebe ich nicht mehr. Nur eine, wenn ihr beiden lebt. Inanna lebt nicht mehr. Er ist gerade am Sterben. Lebt wieder. Ich bin ganz tot. Das lohnt sich nicht bei mir. Aufpassen. Google. Oh, der Mann, der haut aber rein, ey. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ey. Müssen wir vielleicht doch im Nahkampf nehmen. Bis wir mehr stacken. Diese Kugeln sind halt verdammt gefährlich. Ach, das geht jetzt noch wieder durch. Das ist wieder das Minenfeld. Ja, das ist ja egal. Das scheiße Minenfeld. Wenn man aber nur Dampf da durchläuft, ist das ja wurscht. Wir ignorieren einfach die Ausgabe. Man lässt... Ich kann hier auch mal den ganzen Schrott hier, diese ganzen Idioten, oder? Ja. Gute Richtung. Ah. Zumindest dann, wenn es geht. Diese olden Mechaniker halten einen auch gerne auf mit ihrem Betäubungsstrahl. Warum ist die hier so? Kann gar nichts machen. Ich bin ja da. Hä? Da ist zu. Ja, weil hier die Gegner vielleicht äh, Gegner sind wieder. Weiß nicht. Gut, wenn sie hinterher kommen, werden sie sterben. Ja, vielleicht muss wenn kommen. Jetzt wird der Endgegner wieder angezeigt. Weiß auch, was ist noch zu. Da müssen wir gegenrennen. Lass mich rein, lass mich rein. Ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist, wo ist unsere, unser Mädel hier? Ich befährte. Ich sehe sie gar nicht. Gehen wir zurück. Sehen, wo wir sie liegen sehen. Also nicht mal auf der Karte angezeigt als tot. Ich sehe die nüt. Ich nehme mal kurz die Wegmarke. Vielleicht. Ja. Nee. Auch Reitie benutzen wird nichts. Vergeber. Ein neuer Gegner kommt. Kommt man übers Schiff darüber. Oh, 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 oh. Oh, Gott, den verkehrt. Was ist denn das hier? Boah, ich möchte nicht diesen ganzen Weg nochmal. In der Hoffnung, dass der Pack dann nicht. Okay, du bist ganz down. Erstmal alle an die Anfangswegmarke und dann wieder zurück. weiter aus dem Kampf raus. Dieser bescheidene Strahl. Okay, an die Anfangswegmarke. Okay, an die Anfangswegmarke. Noch ein Kampf? Nee. Jetzt nicht mehr. Da können wir auch immer reparieren. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mal sehen, ob wir die hier drin wieder starten. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.